Einmal wechseln, danke. Greif zu! So viel halt, ertrage ich auch nicht mehr weg gerade. Ah! Ich wusste es! Dafür sind wir jetzt beide fast tot. Mach nochmal diese Plattform. Oh nein. Das war ein Fehler, was ich da gemacht habe. Es hat doch funktioniert, aber klug war es nicht. Ich geh wieder auf Rot. Ach ne, du gehst auf Rot. Sorry. Ich geh auch auf blau sich gerade. Oh, den glaube ich mir. Bam! Nein, ach scheiße. Das hast du gebraucht. Du musst mich halt so schnell wieder beleben. Da steh'n ihm drin. Das ist originell. Ähm, ich seh schon, das läuft alles nicht so prickelnd. Mal gucken. Schön langsam. Damit, genau. Ein? Ich komm nicht dran vorbei. Es geht einfach nicht. Oh, jetzt wird es interessant. Aber nicht mit mir. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ob das Kuga gemacht hat. Äh, hallo? So komm ich nicht da rein. What the fuck? Als du reingespringst, wir müssen gleichzeitig springen. Dann knall ich hier unten. Das ist ja lustig. Ja. So viel zum Thema gleichzeitig. Wie komm ich denn jetzt hier da runter? Du musst die Farbe wieder ändern. Und wieder durchzufallen. Geht nicht. Ah, jetzt. Und los. Meine Güte. Das ist eine schwere Geburt. Ja, hallo. Ah je. Unterwelt, die Unterwelt. Ähm, warte, lass uns mal kurz gucken. Ja, unten und so ein bisschen nach rechts. Da gibt es auch wieder so ein Schloss-Dingster-Wumster. Hoppala. Unten? Ja. Achtung! Das spielt ja wohl. Mhm. Läuft. Nö. Gib ihm. Und lass den Controller heile. Nix da. Genau immer drauf. So. Habe ich das Gefühl, dass wir hier lang müssen, können wir es nicht? Bitte? Müsst du hier lang? Irgendwie schon, ne? So richtig. Okay. Das war das Schloss gerade, was ich meinte. Ja. 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 Gruft der Alten. Jetzt vor allem die großen Alten. Wo ist ein Nyralatotyp? Mhm. Und wie heißt der Fettsack noch gleich? Absolut. 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 Ein Verstörer. Ähm. So eine Vase. Kein Herz. Schade. Sehr schön für dich gewesen. Ah ja. Durch eine Bombe stürzt der Boden. Ein. Achso. Die haben wir jetzt wahrscheinlich aktiviert, oder? Ich möchte jetzt nicht gleich, dass die mir auf den Kopf fällt. Aua. Pass auf, da fallen irgendwie mal neue. Ah. So geht's. Ah. Okay. Ich hab die rübergekegelt. Dann ist sie aufgegangen. Nimm dir mal das Herz hier bitte. Moment, ich bin mal auf der anderen Seite. Sofort! Ich bin auf der anderen Seite, du kleiner Penner. Auf der anderen Seite ist noch irgendwas. Hier ist noch was. Hier kann man noch so eine Bombe durchschicken. Ich versuch das gleich mal. Sekunde. Warte mal hier, äh. Sicher darunter. Ah. Jetzt kitt, kitt mal rüber. Scheiße. Muss schneller gehen. Ich versuch's nochmal. Ich setz mich schon mal in Position. Okay, gib ihr. Mach auf den Laden. Wenn du jetzt nicht reich bist, dann war die raus. Jetzt bin ich voll reich. Oha. Das mit dem Wechsel ist cool. Man muss es erstmal raus haben. Indeed. Checkpoint. Aha. Würde mich nicht wundern, wenn man da rauf kann. Ich wollte eigentlich zurück. Wahrscheinlich. Ich würde mich fast reizen, das auszuprobieren. Aber warte, ich guck mal hier, ob da was ist. Ne, da ist nix. Okay. Was bin ich denn jetzt? Rot. Okay. Puh. Nein. Boah, das war knapp. Das ist geil. Also diese Fallen, die muss man derselben Farbe machen, aber Gegner muss man mal gegenteil nicht bekämpfen. Ähm. Muss man ein bisschen aufpassen, also nicht so wie ich jetzt gerade. Achtung. Ähm. Lass wir rechts gucken. Ähm. Noch einer. Ich bräuchte mal so ein Herz. Nein. Das wollte ich nicht. Achtung. Bombe. Vielleicht nach links. Ich wollte kurz gucken, was rechts ist. Ich kann mich ja da reingeben. Das wird jetzt langsam ungemütlich hier. Oh. Danke. Hat mir jetzt nichts gebracht, weil ich in der Zeit schon wieder ein Herz verloren. Mach auf. Rot. Ne, wenn du nicht. Ich bin schon wieder rum. Oh Gott. Ich bin auch gleich da. Nur die Ruhe. Katze. Jetzt hört doch mal auf, mal den Big Daddy da rauszuwerfen, ihr Mistbieren. Ich klette mal in das kleine Fach, wo der Big Daddy sitzt, dann werfen die ihn immer da raus. Wieso sind die denn so böse? Ja. Umgezogen. Dreckspieße. Okay. Ich wollte gerade sagen, da ist was. Hier ist ein Herz. Oh ja. Oh ja. Vielen Dank. Aber ich komme nicht ran. Ja. Ich fasse erschossen, das scheiß fiel. Nicht mit mir. Zoo nicht. Zoo nicht. Oh Gott. Tschüss. Ähm. Will ich jetzt gucken? Ähm. Nimm ruhig. Haben gleich viel. Und du die Kohle. Wie viel Kohle hast du im Moment? Ähm. Ich konnte jetzt nicht mehr sehen, weil es gerade weg ist, sage ich dir gleich. Nimm das beste Gelegenheit. Ach so, das geht ja so. Boah. Irgendwann lerne ich das immer. Boah. 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 Wir werden unverschämt. Hm. Ich dich unverschämt. Rechts geht's nicht weiter? Links, links, aber auch nicht weiter. Das ist gut. Dann mache ich mir keine Gedanken. Okay. Okay. Aber rechts geht's noch weiter. Wir sind doof. Komm mal doch. Ähm. Okay. Warum lügst du mich an? Ach da. Die Säule ist nur fake, okay. Eben. Das sah aber so echt aus irgendwie, finde ich. Fake. Du hast es ja auch nicht gesehen. Ne, ich hab's auch nicht gesehen. Das begrabene Königreich. Mädels, ist gut da hinten. Achso. Ne, was denn jetzt? Ja, scheiße. Vielleicht überlege ich mir das eher bevor ich da so eine Aktion mache. Ah, ich bin so blöd. Oh nein. Nimm mal blöd. Oh nein, er hat mich. Und das Herz und... Pass auf, da. Äh, fuck. Bleib doch mal nicht so stehen. Es geht. Boah, jetzt wird's aber auch echt hart. Ja. Achtung, Bomber. Ja. Es kam ein bisschen knapp, aber es hat auch gereicht. Muss ja eigentlich lang. Ich weiß ja auch nicht. Ich möchte mal hier mit Entdeckung auf dem Map gucken. Das ist ja grausam. Gut, dass wir beide fast tot sind. Ja, es gibt hier links und rechts einfach mal so Sackgasse. Wir müssen schon einfach mal weiter nach unten. Schon richtig. Aber man weiß natürlich nicht, ob man da irgendwo noch was findet überall. Auf den ganzen Seiten. Ich bin tot. Oh, scheiße. Ich komme gleich. Die Ameiser hat mich gekillt. Ich kralle mir grad ein paar Herzen. Das ist schon mal ganz schön. Verrecklich fließt nicht auch direkt. Wo bist du denn? Hey, kannst du es mal lassen? Hallo, ist es gut jetzt? Ach, scheiße. Das war natürlich nicht so klug. Das kannst du vielleicht gebrauchen. Komm weg hier. Ah, jetzt wird echt fies hier. Also das Spiel wird immer was fieser. Oh, danke. 22.000 habe ich. 22.000 habe ich. 22.000. Unten gibt's Loot. Äh? Super. Mach du mal zuerst. Fläch und das Herzen. Schnell raus hier, ey. Die spinnen ja wohl alle. Das ist langsam echt nicht mehr witzig. Witzig. Ja, danke du Sackgesicht. Ich bin runtergefallen. Du auch. Ja, oder weniger auch. Darum steht so ein Typ im Weg. Ach, wegen den Quallen. Die Nerven. Sag mal, bin ich denn doof? Genau. Kill den mal erst. Und. Und. Ich will mir das eigentlich holen. Ja, dann mach es. Dann mach es. Aber da hinten ist noch ein Vieh, glaub ich. Pass auf. Ja, ich seh. So. Eigentlich recht so schwer. Man muss doch immer nur... Pass die Farbe nehmen. Die reicht auch für die Gegner dann immer. Pass auf, Bombers und rechts. Achtung. Gott sagt, spinnt der denn heute auch noch? Ja, deswegen wäre es nicht los, als ich das dachte, er würde losgehen. Ne? War noch nicht so weit. Sprich, ich hab mich ein bisschen zu früh gemeldet. Wir haben den doch vorhin einmal platt gemacht, dachte ich. Naja, ich will schon. Ah, warum so wie? Na, war die auch nicht. Ah, jetzt ist er weg. Ja. Ich glaub, hier ist ein Heimgang. Allerhand Münzen, noch mehr Münzen, zig Münzen. Komm dem auch noch was. Gut. Wie viel hast du? Äh, 19.700. Okay, ich bin bei 22.9. Sehr schön, sehr schön. Müsst du da raus. Ja, das geht schon mal. Ich lass dich einfach mal erst testen, bevor ich irgendwas machen. Ach, man kann da so drauf und... Ja, das geht tatsächlich auch. So. Charge. Vorsicht, Bomber. Äh, das wird mich zu spät realisiert. Ich hab auf das Teil da oben geachtet. Kommt noch einer. Ah nein. Witzig, haha. Der hat ein Schutzschild, der Penner. Nicht mit mir, Freunde. Nicht mit mir. Auf Rot wechseln, genau. Weg hier. Boah, das ist aber echt fies jetzt gerade, oder? Ja, das ist echt fies. Ich finde, der Schwierigkeitsgrad wird der gerade auch nicht angezogen. Diese Scheiße. Leider geht es nicht. Also noch. Unten. Oh nein. Was war das denn schon hier für eine Aktion? Sie lachen nicht so dreckig. Ah. Geil, wir müssen nie mit Rot bekämpfen, aber aufpassen wegen dem Fallen. Weil da müssen wir Blau für sein. Jetzt hat er mich, ne, hat er mich nicht, ich hatte. Aber einen, äh, einen Treffer und dann ist es direkt wieder weg vom Fenster. Jawoll. Das hast du. Ein paar Sekunden habe ich ja noch, um dich zu holen. Ja, ja. Der steht da ein bisschen unpassend. Wie soll ich denn da rankommen? Da muss man mehr in die Mitte, der Freak. Lass ihn mal herkommen. Wird das nix. Nimm dir, nimm dir, nimm dir. Genau. Sehr schön. Nimm dir weg. Nimm dir nochmal. Nyang. Achtung, Bomber, komm von oben. Super. Nix passiert, ist gegen die Wand gebrallt. Aua. Ja komm, ja komm. Ich will hier raus. Ja, ich auch. Ich mag dir nicht mehr sein. Ach du, ich mag dir nicht mehr sein. Sonst geht's aber, ne? Ja nu. Nix ja nu. Was denn jetzt? Wollen wir mich verarschen oder was? Ich will die auch mal wieder eins nehmen. Nein. Er ist wieder weg. Noch einer. Wollte gerade sagen, lass uns bitte gemeinsam springen. Okay. Wir springen erst mal auf die blaue. Okay. Auf drei springen wir. Also nicht ein, zwei, drei und dann springen, sondern auf drei. Okay. Okay. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Erst mal rechts. Machen wir erst mal das hier. Na gut. Für jeden ein Herz. Nimm du auch noch. Und äh. Ah, guck mal. So geht das. Okay. Okay. Ich wollte gerade sagen, direkt drauf, oder? Mit. Ja. Ich bin kurz irritiert. Oh nein. Das ist nicht euer Ernst, Freunde. Nein. Ich will nicht, lass mich. Ich werde mal Muster drauf, aber ich werde es jetzt nicht tun. Ich bin gespannt, was passiert, wenn wir hier lang gehen. Oh. Ne, man muss echt nicht. Die verarschen ja einen auch noch auf Strich und Faden. Ich spinne ja wohl, ey. Nehm ruhig. Das ist ja geil, wenn er so da ankommt erfolgreich und dann denkst du ja toll, ich hätte auch unten nur lang gehen können. Witzig, ne? Unfassbar. Wir können gleich in meinem nächsten Level sind mal ein Päuschen machen. Soll ich was zu essen machen? Ja, können wir machen. Ähm. Schmetterangriff. Das stimmt. Lindling und der Schmetterwurm. Ähm. Schlage mit der Stärke ins Hellen zu, indem du Y drückst. Das stört damit schwache Wände oder zerschmetter deine Gegner. Verbraucht aber... Ah, das verbraucht aber diese gelben Punkte scheinbar. Okay. Okay. Wir haben eine neue Fähigkeit. Dann bekomme ich einen gelben Punkt. So ein Schmetterangriff. Oh, dann fliegt er alle hin. Oh. Ah, das kommt doch kurz darauf schon an. Ne, irgendwie... Durch irgendwas kommt das wieder. Durch Gegner oder Münzen, weiß ich nicht. Jedenfalls hatte ich deins wieder. Ich habe gar nicht gemacht, glaube ich. Ach, da unten ist so ein Kristall. Da kommt das wieder. Ähm. Ja gut, aber ich glaube von dem ist jetzt nicht wiederkommen gekommen. Ich glaube, das war irgendwie da oben. Entweder wegen der Münzen oder weil du den Gegner vielleicht erwischt hast. Ich weiß es nicht. Seltsam. Okay. Okay. Genau, wir haben nochmals also was Neues, was uns unsere Energie auflädt. Was will der? Judith klettert ja eher, sagt so, springen ist aus. Ich weiß es nicht. Hä? Weiß ich auch nicht, wo du jetzt geklettert bist. Ich hab grad auch nicht drauf geachtet. Ja, ich hab's nicht so mitspringen. Da muss ich ja... Was ist denn jetzt? Ein Bomber, hast du nicht gesehen? Ne, hab ich nicht gesehen. Oh, sorry. Ich dachte jetzt nur gesehen, sonst hätte ich was gesagt. Dann kommt noch eine Achtung. Da muss ich ja meine tiefe Wampel bewegen, wenn ich jetzt auch noch springen müsste. Ich bin zu doof. Ich bin schlicht und einfach zu blöd. Ja, da siehst du, da gibt's irgendwie... Ah, okay. Was sind da wohl schwache Wände? Na cool, die eindeutig nicht. Oh. Hm, keine Ahnung, wie genau kommt. Ähm, ich komm dann auch gleich. Ja, das ist ja lustig. Jetzt schnell blau. Beeil dich, weil wir jetzt gleich auf die nächste müssen und dann wird's rot. Das wird zu früh. Ja. Liebe Leute, was macht ihr denn hier? Oh, scheiße. Ich bin gerade verwirrt, entschuldige Bitte. Macht nichts. Das hat doch gerade funktioniert! Nein! Ich werd jetzt verarscht, bin runtergefallen. Oh, ich warte mal hier oben. Ja, ich wollte dieses Teil da, dieses Krabbelvieh weghauen und irgendwie bin ich aber abgeprallt. Wahrscheinlich, weil ich die falsche Farbe hatte. Okay. Ja, ich glaube das ist auch Farb abhängig. Achso, das ist mir auch noch nicht aufgefallen. Okay. Ja, mir auch nicht. Bis ich dann jetzt gerade abgeprallt und runtergefallen bin. Dann hat's auf einmal Klick gemacht. Das liegt daran, weil wir es ja immer nur in rot gesehen haben. Deswegen, wo bist du eigentlich? Ja, du bist schon noch weiter oben. Ich warte hier, das ist glaube ich Level Ende. Ähm, ich würde halt gerne wissen, ob man noch irgendwie hinter diese Mauer kommt, die wir da unten gesehen haben. So den Gegenstand, aber okay. Mach doch auf! Auf der Alte. Spiel gespeitert. Sollen wir hier mal so einen Break machen? Ja. Was meinst du? Sollen wir gleich noch ein bisschen zu Raptor Redemption übergehen? Yes. Streamen wir noch weiter. Okay, ja wir haben auch zwei Stunden gestreamt. Das ist erstmals so ganz nett. Was sagt dein erster Eindruck? Ja, ist doch wirklich ganz witzig. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. So vom Design ist auch schön schwierig und äh, fun. Nicht so wahnsinnig gut in so Jump and Runs, aber es macht fun. So ein bisschen Meatball-Limbo-Style. Ja genau, das ist so ein Mischung aus Meatball-Limbo und was weiß ich, was man noch so findet. Gut, dann haben wir mit Outland jetzt hier erstmal fertig. Gehe ich mal verlassen, ne? Glaube ja. Okay. Deine Mutter lacht ganz nett soweit. Mutter sei doch froh, dass es dann irgendwelche großen Storys gibt, die du nicht verstehst. Von daher. Ja, dann machen wir erstmal ein Päuschen. Vielleicht muss man auch was zuerst machen. Also wird ein bisschen dauern, so 20 Minuten bestimmt. Vielleicht etwas mehr. Und dann gehen wir gleich zu Red Dead Redemption über. Ja. Dann bin ich jetzt auch im Team-Speak mal raus, oder? Genau, du bist im Team-Speak dann auch raus. Ähm. Ja. Also dann... Bis gleich. Deine Mutter, wir haben ja natürlich nichts gegen Messe-Facts. Ist klar. Das kannst du überhaupt nicht vergleichen. So. Genau. Also dann, ich lasse hier ein bisschen Musik laufen und dann sage ich mal, bis gleich. Und dann, bis gleich. Bis gleich. Und dann, bis gleich. Bis jetzt. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Vielen Dank.